Boah, ein Krankenwagen. Was ist denn das? Ich glaube, das ist eine Uhr. Hast du die beim Pokern gewonnen, oder was? Ich glaube schon, ja. Peter, hast du einen Arsch offen, oder was? Nee, ich hab die gewonnen. Und jetzt legst du bitte wieder da zurück, wo du sie hergenommen hast. Ja, mach ich. Okay, danke. Alter, spinnst du? Was? Du hast gerade eben 5.000 Euro zum Fenster rausgeschmissen, ey. Ja, und? Was, ja und? Ja, wie, was? Es geht ums Prinzip verdammte Scheiß-Normal. Prinzip? Du, mit deiner Scheiß-Moral, Mann, ey. Was hat das mit Moral zu tun, ey? Wenn die denken, dass es nur normale Einbrüche sind, dann ist das alles für einen Arsch. Wenn wir uns in der Sache nicht einig sind, dann können wir es gleich bleiben lassen. Ja, okay, Mann, ich versteh dich, ja.